Fantastisch! Der ist ja billiger geworden dadurch und ich habe mir überlegt, eventuell wäre es ja jetzt eine Möglichkeit, vielleicht mal den Magier reinzunehmen für die Bogies. Dann ist man zwar wieder ein bisschen teurer, aber nicht viel und vielleicht hilft uns das was. Einfach nur eine Idee, eventuell der könnte ja auch im Notfall die Elite-Barbaren verteidigen gegen irgendwelchen Kram und geht auch gegen Luft, also da machen wir keinen Verlust. Und ich dachte mir, vielleicht ist das eine Möglichkeit, um da weiter Verbesserungen heranzutreiben, müssen wir es natürlich erst ausprobieren, wie sich das Ganze dann entwickelt. Aber vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, dass wir das jetzt sofort mal dahinter pflanzen. Ah, jetzt kommt natürlich ein Bowler, den können wir natürlich jetzt gar nicht gebrauchen. Das ist natürlich jetzt kacke, aber wir werden zumindest mal schauen, was der Magier da noch so anrichten kann. Nicht sonderlich viel, beziehungsweise, ja gut, der ist jetzt schon halb down, aber das ist natürlich trotzdem nicht so schön. Den Rest wird natürlich jetzt auch nicht mehr allzu lange halten, aber Feuerball noch auf die Prinzessin. Okay, so. Ja, das war schon mal der erste Versuch, der ging schon mal in die Buchs. Können wir natürlich jetzt nicht unbedingt was dran ändern, aber, ja, gut. So, da können wir jetzt nochmal zuschlagen mit dem Knallzauber und dann haben wir doch auf jeden Fall da schon mal wieder ein bisschen was gerissen mit dem Schweinereiter. Wie gesagt, ja, gegen den Bowler ist natürlich immer ein bisschen kompliziert, weil ich halt kaum Lufttruppen habe. Ich habe viel, was über dem Boden latscht. Ich habe, glaube ich, gar nicht so an Luft wirklich, ne. Das heißt, alles recht anfällig gegen einen Bowler und dementsprechend müssen wir mal schauen. Der wird ihn jetzt halt wieder setzen können gegen die Elite-Barbaren. Aber vielleicht kann ich ihn mit Feuerball noch ein bisschen in Zaume behalten, ja, jetzt beides erwischen. Das wäre natürlich ziemlich geil. Nochmal Pfeile drauf. Vielleicht kriegen wir dann noch ein bisschen, ja, den E-Magier kriegen wir schon down. Nochmal Schaden am Turm. Und jetzt mit der Prinzessin vielleicht den restlichen Bowler schon kaputt. Oh, jetzt wird's... Jetzt müssen wir die Feuergeister einmal setzen. Zack, das hat schon mal auch ganz gut funktioniert. Ah, er hat natürlich jetzt aufgeholt. Dadurch, dass er jetzt die Elite-Barbaren auch setzen konnte, Bowler noch dahinter. Hat er jetzt den ersten Turm schon fast im Sack. Wir müssen ein bisschen abwarten jetzt. Naja, das war natürlich jetzt blöd. Aber jetzt können wir mal den Magier nehmen. Jetzt wird er sich den Turm wahrscheinlich holen. Ja gut, das bleibt jetzt nicht aus. Aber wir haben jetzt eigentlich eine ganz gute Chance, ihn mal so ein bisschen zu überrumpeln. Und vielleicht mal links und rechts noch so ein bisschen... Vielleicht kommt der Schweinreiter einmal durch. Ja, das ist schon mal gut. Und wir können an der rechten Seite schon mal ein bisschen was holen. Da hat er nämlich jetzt nicht mit unseren Elite-Barbaren gerechnet. Und von daher... Da rechts die Prinzessin. Das ist top. Hier können wir den Kollegen mal hinberaten. Wir müssen natürlich schauen, dass wir jetzt einen Turm uns holen. Dürfen wir nicht die Zeit verblödeln. Wir müssen jetzt einen auf Nummer sicher machen hier. Ah, jetzt geht da der Inferno. Aber das ist egal. Den lassen wir jetzt einfach mal da stehen. Ähm. Stört uns da ja nicht so wirklich. Wir haben den Turm und sind natürlich jetzt ganz ordentlich im Vorteil. Wir können auch folgendes machen. So Elite-Barbaren und direkt mal einmal Knallzauber drauf. Dann ist der Inferno nämlich da, wo er hingehört. Und zwar weg. Nochmal Pfeile. Vielleicht kann die Prinzessin nochmal was nachladen. Jetzt müssen wir das abpassen. Hier mit den Elite-Barbaren Feuergeister nochmal rein. Sind die schon mal weg vom Fenster? Der Typ müsste auch gleich down sein. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie kriegen wir den in 40 Sekunden am besten. So. Hat der schon wieder was da hinzusetzen. 300. Wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir irgendwie den Turm bekommen. Ja, das ist gut, das ist gut. So, schön da hinterher rennen. Ein Schlag, Feuerball, Haken dran. Jawohl. Den haben wir doch schon mal gepackt. Ob jetzt der Magier den Unterschied gemacht hat oder nicht, lassen wir mal da hingestellt. Aber wir haben ihn geschlagen. Das ist schon mal etwas. Okay, wir machen sofort weiter. Wie gesagt, diese permanente Entwicklung von dem Deck ist, glaube ich, besser, als wenn wir ständig alles umtauschen. Und immer mal so ein, zwei Karten auszutauschen, um zu gucken, was besser funktioniert, könnte, glaube ich, ein ganz guter Weg sein. So, jetzt müssen wir mal schauen, auf der linken Seite können wir schon was setzen. Rechts, die Skelette, die kommen eh nie alleine durch. Die Zehner, die kommen nicht durch. Ich weiß gar nicht, ob die mehr ankommen, ähm, besser durchkommen, wenn es mehr sind. Höheres Level haben. Jetzt lassen wir den Schweinereiter einfach da auf den, ähm, Grab steigen und dann kriegt der eh keinen Hit mehr am Turm. Aber wir können uns auf jeden Fall den Minipäcker mal zur Brust nehmen. Der dürfte dann fallen, jawohl. Und vielleicht können wir jetzt den Magier dabei. Na, kriegt auf jeden Fall die Bogies vielleicht weg oder den Riesen. Na, jetzt kommt da noch die Walküre. Und dann haben wir natürlich jetzt ein Problem, weil wir nichts haben, was wir da setzen können. Ich hoffe jetzt, die Feuergeister erwischen jetzt eine Phase, wo die Walküre sich nicht dreht. Ja, das klappt. Manchmal setzt man die ja genauso blöde in die Walküre rein, dass da gerade nichts geht. Und jetzt müssen wir nochmal Feuerball draufknallern. Und dann müssen wir schauen, ob wir den Elite-Lakai, ach, den Megalakai weghaben. Das geht. Aber dieses Mal könnte es schon interessanter werden. Das ist halt, boah, ich finde das... Du hast dann immer das Problem, dann... Ich habe übrigens noch nicht einen Futzl Schaden gemacht. Mit diesem blöden Friedhof, da bist du so abgelenkt. Und er kann in Ruhe allen anderen Scheiß machen. So, müssen wir mal gucken. Ob wir nicht mit der Standardnummer. Schweinereiter und Pfeile mal ein bisschen was reißen können. Da kommt wieder der Mini-Pekka. Da kriegen wir jetzt zumindest mal zwei Schläge. Jetzt wird die Walküre wieder kommen. Mal gucken, oder? Nein, kommt sie nicht. Ja gut, der eine Feuergeist wird nicht durchkommen. Okay. Ich würde ihn jetzt am liebsten sofort richtig unter Druck setzen, aber... Die beiden Bugis links müssen wir eigentlich auch aufhalten. Sonst machen die auch zu viel. Und dann müssen wir rechts, äh links die Elite-Verband halt beisetzen. Ich kann es jetzt in dem Fall nicht ändern. Ah, der Magier hält natürlich auch nicht sonderlich viel aus. Muss man echt sagen, ne? Der ist nicht sonderlich stark. Was ist das? Ah, dieser Scheiß-Grabstein, ne? Klingen aber nur kaputt, wenn wir über rechts gehen. Das ist halt das Problem. Links sind, oder? Kriegen wir ihn da auch, wenn wir da her... Ja, schön. Jetzt hat er den Megalakai zumindest mal da reingesetzt. Kriegen wir den ganzen... Das ganze Gelumpe schon mal down. Der Magier lebt noch und kann sich um den Riesen kümmern. Das ist okay, der Riesen wird trotzdem durchkommen. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Und wieder der Grabstein. Ich hasse das halt einfach, ne? Aber was willst du machen? Es ist eine legitime Karte. Man kann sie benutzen. Jetzt sind wir mal durch. Jetzt sind wir mal durch. Endlich mal. Jetzt kriegen wir ihn vielleicht sogar vor, die Mütze geballert. Nein. Wird nicht ganz ausreichen, oder? Nein. Ja, Freunde. Es war ärgerlich. Ihr habt es gesehen. Aber... Wir hätten es fast noch gepackt. Wir hätten es fast noch gepackt. Aber was willst du machen? Pah. Das ist bitter. Äh. Ach, beim Schluckrinken. Das ist bitter. Aber was willst du machen? Ging halt jetzt nicht anders. Den konnten wir in dem Fall leider nicht mehr packen. Pech gehabt. Hätten wir die Pfeile noch gehabt. Eine Millisekunde mehr Zeit. Hätten wir gewonnen. So halt nicht. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns auf ihn eingegroovt hatten, sag ich mal. Dementsprechend musst du ein bisschen schauen. Oh, ich mach jetzt mal folgendes. Ganz easy. Feuerball auf den Musketier. Dann gibt's da schon mal Ruhe. Jetzt wird er wahrscheinlich Pfeile schmeißen auf die Prinzessin. Nein, das Kampfholz. Okay, vielleicht... Nein, schade. Down. Äh. Manchmal überlebt die Prinzessin das Kampfholz. Ja, das ist ja dann immer ganz praktisch. Er greift wieder von allen Seiten an. Ob das immer so eine erfolgsversprechende Taktik ist, sei mal dahingestellt. Immer von allen Seiten sofort alles überrennen. Weil, naja, ich finde das manchmal ein bisschen kontraproduktiv. Der Magier hat noch einen Schuss abgegeben. Schweinereiter kommt aber noch ein paar Mal durch jetzt. Der wird auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Hier setzen wir mal die Prinzessin hin, damit die den Musketier so ein bisschen anbrät schon mal. Und der rechte Turm ist quasi schon halb unser. Ich hätte es vielleicht eben einfach schon mal zwischendurch mit Feuerbällen beschießen sollen, damit einfach da ein bisschen wir die Sicherheit haben, noch einen Feuerball und wir haben den Turm. Das wäre vielleicht jetzt auch eine Möglichkeit. Wenn ich jetzt einen Feuerball drauf haue, sind wir knapp unter 200. Dann reicht es für den nächsten Feuerball auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal gucken. Da nochmal einmal kurz wegbraten. Und dann haben wir den auch. Diesmal, ach, dieser Tornado. Jetzt zieht er die wieder in die Mitte. Aber der Schweinereiter wäre jetzt so blöd und würde nämlich quasi zum Hauptturm laufen. Wir dürfen das machen, aber die Elite-Barbaren meines Wissens Gott sei Dank nicht. Ja, Prinzessin kriegt halt jedes Mal das Kampfholz vor. Das heißt, die brauchen wir eigentlich nicht mehr setzen. Und jetzt haben wir nämlich genau das gleich, das wir zusehen müssen. Ich werde jetzt ein bisschen antäuschen. Ich werde jetzt hier und da einmal den Schweinereiter so, damit wir auf jeden Fall auf der Seite ein bisschen Ruhe haben. Und falls jetzt irgendwo was kommt, halten wir mal den Zap bereit. Auf jeden Fall rechts jetzt. Das passt schon mal. So, den machen wir auch weg. Wie gesagt, Prinzessin, eigentlich sinnfrei. Ich setze jetzt trotzdem mal hier hin. Vielleicht lässt das ja einmal bleiben mit dem Kampfholz. Kann dann einmal auf die Banditin schießen. Und wir sind ja immer noch recht gut vorne. Ja, Banditin jetzt down. Das ist auch okay. Jetzt wird natürlich der Tornado wieder kommen. Alter, geht der mir auf den... Was ist eigentlich momentan los mit diesem behinderten Koboldfass? Das wird auch nur noch benutzt, oder? Und das lassen wir jetzt mal da unten alles sein, wie es ist. Und wieder. Mal gucken, jetzt geht es aber woanders hin. Aber verarschen kann ich mich alleine, Freundchen. Nein, die... Oh, jetzt wird es aber interessant hier. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die... Zeit nicht verballern. Jetzt ist es wieder knapp. Ja, jetzt kommt wieder das Kampfholz. Äh, die... Ja, jetzt war es das. Die Banditin hat es... Ja, die Koboldfässer haben uns den Genick gebrochen. Die Koboldfässer haben uns das Genick gebrochen. Egal. Wir sind durch, Freunde. Ich bedanke mich für's Gucken. Da oben nach oben, wenn es sich gefallen hat. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss. Bis dahin, macht's gut.